Tag 2 Hallo, heute war unser zweiter Tag. Am Morgen haben wir erstmal Fahrräder ausgeliehen, damit wir insgesamt etwas flexibler sind. Danach haben wir Ideen gesammelt, was wir im Making-Off denn drin haben möchten. Das sieht man hier hinter uns, ja auch an der Mindmap. Danach sind wir in den Wald gefahren, haben ein paar Zwischensequenzen gesammelt, die wir in unserem Making-Off mit einbauen können. Ich würde sagen, am besten hat uns heute noch gefallen, dass wir in den Wald gefahren sind und Sequenzen gesammelt haben. Hat echt Spaß gemacht. Wir sind zwar bis in das geworden, aber war trotzdem gut. Und ich würde sagen, dass es auch noch gut gefallen hat, wir haben heute Morgen erstmal die Fahrräder abgeholt. Das war auch ganz lustig. Das haben wir auch begleitet. Und die anderen Teams haben heute ein Drehbuch geschrieben und ein Storyboard. Das haben wir auch mit der Kamera begleitet. Ja, ein Team geht gleich auch noch. Die ersten Sequenzen filmen, da gehen wir dann auch noch mit und drehen ein bisschen. Ja. Jetzt gibt es Abendessen und heute ist der vegetarische Tag in der Jugendherberge. Genau. Okay. Wiedersehen. Tschüss.